Nummer 3 ist Chaos Computer Club. Wenn ich das richtig sehe, wer bekommt das Mikro? Bei 3 ist vorbei, 3. Hallo, ich bin der Meg Leimann. Wer von euch kennt den Chaos Computer Club? Hat schon mal was davon gehört? Das ist sehr gut, ich stehe ja vor dem richtigen Publikum. Den Chaos Computer Club gibt es so in rudimentären Resten in Wien auch und da soll was Konkretes passieren, nämlich dass der Chaos Computer Club Wien entsteht. Dazu gibt es eine Gründungsveranstaltung am Samstag, da werden wir das vereinsrechtlich hoffentlich einigermaßen abschließen können endlich und auf der Easter Hack in Salzburg am Osterwochenende gibt es dann ganz offiziell die Gründungsveranstaltung. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, könnt ihr gerne zu mir kommen oder zu Martin, wir sind auf jeden Fall noch da. Ansonsten unter c3w.at gibt es schon ein paar rudimentäre Infos dazu und ansonsten werden wir euch beim nächsten netzpolitischen Abend dahingehend weiter am Laufenden halten. Dankeschön. Applaus Applaus Vielen Dank.